Welche Yoga-Lehrerausbildung ist die beste? Hallo und herzlich willkommen zu einigen Informationen zum Thema Yoga-Lehrerausbildungen. Mein Name ist Sukadev Bretz und ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya, Deutschlands führendes Yoga-Ausbildungsinstitut. Und ich werde jetzt natürlich keine neutrale Aussage treffen, welche Yoga-Lehrerausbildungen die besten sind. Aber wenn man überlegt, welche Yoga-Lehrerausbildung ist die beste, dann gilt zunächst einmal, es gibt mehrere Kriterien. Die beste Yoga-Lehrerausbildung ist eine Ausbildung, die dir hilft, in deiner Yoga-Praxis voranzukommen. Also eine Ausbildung, bei der die Yoga-Übungen und Meditationen, die angeleitet sind, so sind, dass sie dich inspirieren, ist für dich die beste. Zweites Kriterium wäre, die Ausbildung ist die beste, die dich ausbildet in den Yoga-Arten, die du weiter vermitteln willst. Also, du kannst auch überlegen, welche Aspekte des Yoga will ich denn nachher unterrichten. Und dann kannst du überlegen, die Ausbildung, die ich gerade machen will oder zwischen denen ich mich entscheide, welche gibt mir denn das notwendige Fundament, damit ich das unterrichten kann, was ich unterrichten will. Und wenn du noch nicht weißt, was du unterrichten willst, dann ist die Yoga-Lehrerausbildung für dich die beste, die ein breites Spektrum abdeckt. Also wurde zum Beispiel von Kinder-Yoga, Jugendlichen-Yoga, Schwangeren-Yoga, Rücken-Yoga, sanftes Yoga, klassisches Hatha-Yoga bis zu fortgeschrittenen Yoga, alles lernst. Also hier ein breites Spektrum. Welche Yoga-Lehrerausbildung ist die beste? Diejenige, die dir letztlich auch die notwendigen Hintergrundinformationen gibt. Wenn du später unterrichtest, dann ist natürlich auch wichtig, dass du weißt, warum und wieso du unterrichtest. Und dies, Yoga hat anatomische Grundlagen, es hat psychologische Grundlagen, philosophische Grundlagen, spirituelle Grundlagen, historische Grundlagen, gesellschaftliche Grundlagen. Und eine Yoga-Lehrerausbildung sollte daher das breite Spektrum abdecken. Welche Yoga-Lehrerausbildung ist für dich die beste? Diejenige, die die Anerkennung hat, die du nachher brauchst. Angenommen, du willst später Anfänger unterrichten, und dann kann es sein, dass es wichtig ist, dass du eine Krankenkassenanerkennung brauchst. Daher solltest du das auch prüfen, die Ausbildungen, zwischen denen du die Wahl hast, welche davon hat die Krankenkassenanerkennung. Angenommen, du willst international unterrichten, dann kannst du eben fragen, gibt es in dieser Ausbildung auch ein internationales Zertifikat? Welche Yoga-Lehrerausbildung ist die beste? Weiteres Kriterium ist, gibt es für diese Ausbildungsform auch ein breites Weiterbildungsspektrum. Typischerweise willst du, wenn du Yoga unterrichtest, auch dein Wissen ausbauen und dein Unterrichtsspektrum aufbauen. Und da ist es gut, wenn du eine Ausbildungsgrundlage hast, die dir ermöglicht, nachher dich auch zu spezialisieren. Vielleicht in die Yoga-Therapie, die psychologische Yoga-Therapie, in Business-Yoga, im Kinder-Yoga oder im sanften Yoga oder was auch immer für Yoga. Und so, wenn du überlegst, welche Yoga-Lehrerausbildung mitmachen willst, dann schaue auch, wie groß ist denn nachher das Weiterbildungsprogramm der betreffenden Yoga-Schule. Ja, das sind einige allgemeine Kriterien. Jetzt für Yoga-Vidya gilt, wir haben ja auch verschiedene Yoga-Lehrerausbildungen. Da magst du auch fragen, welche Ausbildung für dich die beste ist. Wir haben ja die zweijährige Yoga-Lehrerausbildung. Die ist die beste, wenn du wöchentliche Kursabende haben willst, feste Gruppe bei einem festen Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, und das verbinden willst mit intensiv Wochenenden. Also, wenn du diese feste Gruppe und regelmäßiges Treffen suchst, ist die zweijährige Yoga-Lehrerausbildung die beste. Die dreijährige Yoga-Lehrerausbildung Die dreijährige Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerausbildung ist für dich die beste, wenn du zum einen nicht in der Nähe wohnst von einem Yoga-Zentrum, welches die zweijährige Ausbildung anbietet, und wenn du nicht wöchentliche Termine hast, sondern eher am Wochenende oder in den Ferien. Die dreijährige Yoga-Lehrerausbildung hat in etwa so viele Unterrichtseinheiten wie die zweijährige, aber es wird eben auf drei Jahre verteilt und eben an Wochenenden und Intensivwochen. Die dreijährige Ausbildung hat auch einen festen Unterrichtenden und hat auch regelmäßige Termine. Also hat auch über drei Jahre einmal im Jahr eine Intensivwoche. Die vierwöchige Yoga-Lehrerausbildung Die vierwöchige Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerausbildung ist die beste, wenn du eine Intensität der Praxis suchst, eine fundierte Yoga-Lehrerausbildung, aber dich nicht über einen zu langen Zeitraum verpflichten willst. Du kannst die vierwöchige Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerausbildung über viele Jahre hinweg strecken oder du kannst sie auch am Stück machen. Und wenn du darauf dann Weiterbildungen aufbaust, kannst du auch das Krankenkassen-anerkannte Yoga-Vidya-Baustein-Zertifikat bekommen. Das ist dann natürlich wieder involvierter und dann verpflichtest du dich wieder über einen bestimmten Zeitraum. Aber du kannst erstmal die vierwöchige Ausbildung machen und danach kannst du schauen, willst du das noch weiter aufstocken. Die vierwöchige Ausbildung also dann besonders gut, wenn du in einem zügigen Zeitraum intensive Erfahrungen machen willst und zügig lernen willst, Yoga zu unterrichten. Letztlich gilt aber, die Yoga-Lehrerausbildung ist die beste, zu der du dich am besten hingezogen fühlst. Wenn du mehr Informationen über die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerausbildungen suchst, dann gehe auf www.yoga-vidya.de Oder besuche mal ein Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Vorbereitungsseminar. In einem Yoga-Lehrer-Vorbereitungsseminar findest du viele Informationen und du kannst hineinschnuppern, wie wir bei Yoga-Vidya unterrichten und es wird auch gründlich informiert über die verschiedenen Ausbildungsformen, die wir bei Yoga-Vidya haben.